Hallo, das hier ist ein kleiner Spendenaufruf für den Golden Pudel Club in Hamburg. Braucht euer Geld, er hat jetzt die Möglichkeit aus der Asche wieder aufzuerstehen. Und der Pudel ist eine gute Sache, wir haben auch schon dort mit die Nerven gespielt und es war sehr schön. Und ich würde gerne mal wieder dorthin gehen, das heißt also, falls ihr ein bisschen zu viel Geld habt, gebt es dem Pudel, er braucht es wirklich dringend. Vielen Dank. Vielen Dank.